Ich fühle mich, als ob alle hier starren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Danke, Schnuppi. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Schaden. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Händeschütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön sie hier zu sehen. Naja, eigentlich... Na eben, weiß ich noch nicht so genau, was ich machen soll. So. Erstmal hier ein bisschen Champagner trinken. So, wie geht das? Oh. So. Sehr natürlich, oder? Hm, hm, hm. Ja, okay, hier vorne ist eigentlich nicht so ruhig. Ähm... Ein ruhiges Plätzchen. Ein bisschen da hinten vielleicht. Bei den Wasserspielchen. Obwohl, ja, hier dürfen wir glaube ich gar nicht hin. Na... Was sind das hier für komische Bilder? Doch, Toiletten, oder? Ich muss mal kurz Pipi. Hier für... Alter, was haben die für komische Bilder? Okay, das sind Tippen. Also hier für kleine Mädchen. So, oh no, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss mal kurz reinschauen. Jo, hier bin ich richtig. So, macht euch schön hübsch. So, einmal hier rein. Und dann habe ich mal ein ruhiges Plätzchen. So, okay. Habe ich da was in der Tasche? Oh no. Oh. So, okay. Können wir hier nach oben? Ne, leider nicht. Obwohl, wir haben gerade irgendwie so ein bisschen... Wenn wir hier in der Wand sind, können wir so ein bisschen hier rumschauen. So, vielleicht muss ich wieder raus. Ah, so nach oben. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Okay, wieder nach unten. Okay, wird noch ein bisschen hier die Steuerung erklärt. So, hier können wir hoch, aber nicht durchdecken irgendwie durch. So, warum ist der blau und der eine ist gelb? Das ist was zu bedeuten. Dem können wir was machen, aber lassen wir mal lieber. Also, so ein Bild. Aber hier ist kein Bild. So, einmal hier durch den Kronleuchter durch. Ah, das sieht doch gut aus. Zum Beispiel hier. So, okay. Aber machen kann man dann nichts. Außer wir haben vielleicht ein... Ah, hier hinten haben wir noch zwei. Hier kann man aber auch nicht rein. Und hier auch nicht. Okay, aber das... Oder sind wir im Fall... Au, was kommt da jetzt? So. Hallo. Irgendwann muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. So ein Schalter. Was haben wir hier unten? Na, das schaut nicht so aus. Oh, scheiße. Die Kamera war an. Die Wache kommt. Verhalten dich ruhig. Sonst schlägt der Alarm. Oh, scheiße. Die Kamera war an. Die Wache kommt. So, was haben wir denn zum Beispiel hier hinten? Ah, hier haben wir den Sicherheitstüppi. So, einmal hier ausschalten, oder wie? Okay, ablenken, könnte man sehen. Zum Beispiel, wenn der Fenster ausgeht. So, jetzt hier hin. Ah, jetzt haben wir hier Pause drin. Okay, schnell da rein. Dann sieht er nicht, dass wir da hier unser Unwesen treiben. So, also hier bei der Schublade war nix. Hier oben haben wir irgendeinen Zettler. Aber was haben wir hier? Auch nix. Na ja, nur Papiere. Ein Buch. So, steht da was? Ne, leider auch nix. So, was haben wir hier? So, was können wir hier machen? So, okay, ein Bonus freigeschaltet. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber egal. So, nun haben wir jetzt den blöden Hebel. Muss ja irgendwo hier sein. Ach, jetzt können wir da ein bisschen weiter oben was aufmachen. Ne, das war ja das Gleiche. Ach, das ist der Schalter. Na, perfekt. Das brauche ich in der Hand oder so. Wow. So, oh je. Hat hier schon Nasenbluten? Okay. Sie schreibt. Also, die Augen. Das war's füre. Also, was sind wir hier? Das war's füre. Das war's füre. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Viel Glück. So, okay, was war das gerade? War das gut, dass sie das weggenommen hat? So, ich sollte noch irgendwie meine Nase abwischen. Kann ich das hier kurz machen? So, die Kleine, ich kann sie noch schöpfen. So, jetzt ein bisschen unauffällig bleiben. Oh. Fällt ja fast schon in Ohnmacht. Jodie, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Ich will jetzt auf's. Auf's. Ich will jetzt mal. Ich will jetzt mal. Ich will jetzt mal. Vielen Dank.